Das höchsten Gült und Treu wird alle Morgen neu und fährt immer für und für bei denen, die allheben auf seine Hilfe schauen und ihm in wahrer Furcht vertrauen. Ingegenübt er auch Gewalt mit seinem Arm an denen, welche weder kalt noch warm im Blauen und im Liebensein. Die Nacken, los und blind, die voller Stoß und Hochfahrt sind, will seine Hand, die streuen, zerstreuen, die streuen, zerstreuen. Untertitelung des ZDF, 2020